Am Wochenende verkündete die Kanzlerin in einem Video, in den kommenden vier Jahren 6 Milliarden Euro in den Bau von 1,5 Millionen Eigenheimen zu investieren. Die Regierung stelle dieses Geld zur Verfügung, so Merkel. Kein Grund zur Freude, stellt die AfD-Fraktion im Bundestag fest. Sehe man sich diese blumigen Versprechungen genauer an, kehre schnell Ernüchterung ein. Pro Eigenheim oder Wohnung seien es nämlich nur 4.000 Euro, die nicht von der Bundesregierung, sondern von uns Steuerzahlern aufgebracht werden müssten. Wie man mit so einer kleinen Summe den Bau eines Eigenheimes fördern wolle, bleibe das Geheimnis der Bundesregierung. Vielmehr werde hier Steuergeld ohne Sinn und Verstand mit der Gießkanne verteilt. Wäre Merkel ehrlich, dann würde sie die Ursache für die Wohnraumknappheit benennen. Denn rein zufällig seien im Jahr 2015 etwa 1,5 Millionen sogenannte Flüchtlinge ins Land geströmt, die nun mit denen, die schon länger hier lebten, auf dem Immobilienmarkt konkurrierten.